Tadadään! Osnabrück tut echt was für die Kultur. Tadadä! Hey Osnabrück, was geht? Friedensstadt, das geht. Kultur Triathlon, das geht. Lob, Hudel, Gedudel nährt uns mehr als jede Nudel. Kartoffel, geraffel, wir wollen keinen Geschwafel. Wir wollen Projekte sehen, Projekte sehen, zum vollen mitgehen, mitlaufen, mitrennen. Nicht zum Einpennen. Hey, nicht zum Einpennen. Zum mitmalen, mit spielen. Wir sind die vielen. Haben Hunger auf Kultur und Schwur auf den Frieden. Für Jesiden, für Syrer, für alle. Nur nicht für braune Verführer. Mal sehen, was Osnabrück die Frieden statt. So viel cooler Projekte hat. Für Initiativen, die mit positiven Vibrations. Uns die Mauern unserer Stadt zu kriegen. Auf die Dauer hilft nur, auf die Dauer hilft nur, ja was denn? Auf die Dauer hilft nur Power und wir halten Spaß. Wir kommen zum Glück aus Osnabrück. Wir kommen zum Glück aus Osnabrück. Wir kommen zum Glück aus Osnabrück. Auch manchmal raus. Kulturarbeiter sind Care-Arbeiter. Im besten Sinne, nicht am Krankenbett. Kultur ist ein Brett, voll fett, voll krass. Weil Kultur macht Spaß. Und wo bleibt der Spaß in der Pandemie? Das frag ich dich, das frag ich Sie. Wir kommen zum Glück aus Osnabrück. Wir kommen zum Glück aus Osnabrück. Wir kommen zum Glück aus Osnabrück. Auch manchmal raus. Genau. Kulturarbeiter, immer weiter und innen, innen, wie innen, ja Kulturarbeiter, innen, ja klar. Und außen, pass auf, sonst bist du draußen. Buttmann, Reinhard, Braumlage, Mehrsinger, die drehen hier richtig dicke Dinger, fast immer mit dem kleinen Finger. Wir kommen zum Glück aus Osnabrück. Wir kommen zum Glück aus Osnabrück. Auch manchmal raus. Und andere kommen rein. Bring sich bei uns ein. Lass uns noch ein paar Namen nennen. Klar fehlen da viele, aber die sollste kennen. Schatten an Schien, Zinnober, Zaches, Malzahn von Brill, Gemma, komm mach es. Toscho, Ria, Neff, Silber, Herr Jan, jeder zeigt dir, was er kann. Und jeder auch. Frisch getestet, frisch geboostert, wehe wenn hier einer hustet. Wir trotzen den Joch der Pandemie mit Kreativität und Fantasie. Er, wieso er? Ja, Fanta-Er, Fantasie und Fanta-Er. Egal, Hauptsache wir machen was her. Zusammen, zusammen sind wir stark. Gemeinsam kommen wir hier aus dem Quark. Wir kommen zum Glück aus Osnabrück. Wir kommen zum Glück aus Osnabrück. Wir kommen zum Glück aus Osnabrück. Auch manchmal raus. Wir wollen Projekte sehen. Wollen Projekte sehen. Da gibt's doch diesen Wie heißt er? In seinem Fach ein wahrer Meister. Name vergessen. Egal. Aber der Künstler will genannt sein. Na komm, lass mal schick charmant sein. Womöglich gar mit ihm oder ihr verwandt sein. Oder sogar vor Liebe entbrannt sein. Wollen Projekte sehen. Mal komm, letztlich sind wir alle verwandt. In diesem Land, in dieser Stadt, die so viel zu bieten hat. Wir kommen zum Glück aus Osnabrück. Wir kommen zum Glück aus Osnabrück. Auch manchmal raus. Sein Laus. Äh, lauf! Alles klar! Mehr gibt's bei AndreasOttmar.de KaiLündemann.de Und check mal. Kulturmarathon-OS.de Hey! Eins noch. Denk dran. Liken. Tut nicht weh. Tada! Osnabrück. Tut echt was für die Kultur. Töne. 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 Töne.